So, hallo und herzlich willkommen zu einem BFH-Video. Ich habe gerade kurz davor... Ach, selber ist das leer. Hier das Infovideo mit dem neuen Design gemacht. Und ja, ich bin jetzt einfach mal hier mit einem Freund nachgejoined. Gejoined? Gejoined. Ich werde jetzt erstmal rumlachen, weil ich den ersten Kill nur gemacht habe. Den ersten Kill. Bäh. Nein, ich werde nicht gesniped. Ja. Ein bisschen länger her, dass ich wieder mal was aufnehme. Und dann nehmen wir uns gleich das nächste Flugzeug, wenn dann es da wäre. Und fliegen steil hoch, damit sie uns nicht erwischen können. Tja, dumm gelaufen, Sniper. Du Sneaper-Mann. Erst holen wir uns den. Ah, Mist. Na, dann holen wir uns jetzt mal hier den Tank. Und zielen wieder ganz hoch. So, wer fährt los? Da ist ein... Und da klingelt mein Flugzeug. Äh, da klingelt mein Flugzeug. Kleinen Moment. Ähm, ich muss kurz den da drücken. Du kommst eigentlich immer zu mir rein. Weil ich dich kenne. Moment. Ah. Weil ich dich kenne. Ja. Ähm. Aber bevor es zu langweilig wird, hüpfen wir jetzt hier mal aus dem Flugzeug, nachdem wir hier noch die Tanks attackiert haben. Und der Nächsten logischerweise auch. Echt, wer bin ich? Ja, was ist denn ich, wer du im Real Life bist? Ich kenne dich nur aus BFH. So, und... Weg ist er. Und hinter uns ist anscheinend noch irgendwo einer. Oder irgendwo. Okay, auch da. Ich kann gar nicht schreiben, sorry. Boah, was zieht denn der an Damage weg, ey? Ist ja Wahnsinn. Ich kenne dich nicht im RL, sondern nur... Ah. Aus dem... Äh, aus... BFH. Ja, wer bist du denn? Spezialistganner. Ich heil mich mal kurz. Äh, Panzer. Ja, den hab ich auch voll getroffen. Aber schön, dass ich Punkte bekomme. Und der hat Damage. Und jetzt hat Naran. Der ist ausgestiegen. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt ging es da... Keine Zeit! Wenn nie, werd ich angerufen. Und dann mit einer Aufnahme. Da, Flugzeug. Ja, Mann. Nice. Ein paar Punkte gemacht und gleich einen Kill hinterher. Süß. Was haben die denn da alles einzeln? Die nehmen gerade da hinten irgendwie zwei Sachen ein. Aber du hast doch auch andere Freunde, oder? Ja, ich habe Freunde! Nur du bist eben mein Schatz, weißt du? Naja, kein... Nein! Weiß ich nicht. Das wird schon nicht jemand daher. Weiß nicht. Keine Ahnung. Lustig. Fresse jetzt, Scheißfendi. Explodier. Ja, ich kann nicht schreiben. Sorry. Stehe unter schweren Beschuss. Ähm. Naja. Und? Das... Fick dich jetzt, Alter! Batterie raus! So. Naja, und ist das in... Pro... Ein... Pro... Problem? Panzer? Panzer? Keiner da. Ich habe jetzt keine Lust, in irgendeinen einzustärken, weil mit ihm bin ich so langsam. Siehste. Ich höre auf, mir so schwierig, Fragen zu stellen. Wenn jetzt hier das Handy gleich klingelt. This game is... Ficken. Ich hasse das, wenn Sorge einen anzünden. I'm... Brenning. Was heißt denn? Brennen auf Englisch. Fire heißt... Äh, Feuer heißt... Du Arsch. Piss dich. Feuer heißt... Fire rubber. Ich heiße Lukas und du Ricardo. Ja, ich weiß, dass ich Ricardo heiße. Super Ansage. Was will er denn? Da hinten zieht gerade ein Flugzeug hoch. Das hätte ich euch noch angeschrieben. Jetzt Wurst. Wurst. Bob Wurst. Fahr mich nicht um. Das sind genauso Typen, die ich überhaupt nicht mag. Ja, okay. Der will wahrscheinlich jetzt nicht einsteigen. Kannst du mir wieder vornehmen. Aber dann gibt es immer so Leute, die genau auf einen zufahren und dann echt einen... So voll... Keine Ahnung. 20 Meter Millionen... Lulul. Kill. Ähm, 20 Kilometer weiter weg. Hauen. So wie der Autofahrer von eben. Der kommt jetzt gleich andersrum. Wette ich. Na okay, ist schon tot. Ja, ist ja ein bisschen unfair hier. 40-4. Aber ich will mich nicht beklagen. Und an mir passiert es auch oft. Base Rape. Ja, deshalb ist es so ein bisschen neu. Dass wenn man zu nah hier in die feindliche Base geht, dass es dann hier steht, dass man das Spielgelände verlassen würde. So wie der es jetzt gleich bemerken wird. Sehst du? Ich und mein Bot. Wie heißt der in Wirklichkeit? Naja, die Carlo. Das ist langweilig, wenn ich hier nichts machen kann. Juhu. Sieben Punkte. Ich bin ein Meister. Jetzt passen wir jetzt auch einen Tank. Ja. Ja. Echt. Ich nehme mich nicht umsonst so. Nein, in Wirklichkeit heiße ich... Äh, Harald. Harald Schmauke. Ist mein echter Name. Mist. Ich will nicht umsonst. Es greift uns jetzt gleich... Wahrscheinlich gleich an. Ist das spanisch? Ist ein türkischer Name, ist das? Ja. Ursprünglich... Ursprünglich ist das... Portugiesisch. Portugiesisch. Was kann ich jetzt machen? Gar nichts. Okay. Da, Achtung. Und hier, Final Destination. Portugiesisch, okay. Nein, ich bin kein Portugiesisch. Only mein Name. Ich kann kein Portugiesisch. Reif ihn um. Hm, da haben wir's geschafft. War ja eine richtig spannende Runde. 9, 1, 7, 2, 11, 1 und so weiter. Und da drüben... Fünf Nüse, fünf Nüse. Boah, was haben die für ein Score? Ja, aber die haben hier drei AFKs. Das sind zu erwarten. Ist doch klar, dass das dann unfair ist. Naja, bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.